Ich kann es mal wieder plündern. Elfenohre. Da ist es schon wieder, diese komische Sonde. Hm, da komme ich noch nicht durch. Oh, ich da kenne ich für oder so? Ich kann es mir gut vorstellen. Ah. Wie reichen denn für eigentlich gerade? 25 Dollar reichen. Nice. So, und hier soll jetzt irgendwo das iPad sein. Lass uns Freunde sein. Warum denn nicht? Was haben wir denn in der Church? Beichten können wir nicht. Da hinten ist eine Tür. Ich habe das... Okay, welche Sache? Er hat auch die CD gelaufen. St. St. Petrus. Was passiert? Wenn wir jetzt hier drauf drücken. Hm. Oh, hier ist mir mehr Haupt. Boah, wo kommt ihr denn her? Ups. Der sieht gefährlich aus. Haha. Butter, du greifst alle gleichzeitig an. Ja, kannst du eine Rüstung gerne erhöhen. Konterhültung. Oh, nee. Brennen, rennen, 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 rennen. Ja, versuchen wir es mit diesem... Hammerschlag. Ja. Hallo, hallo, hallo. Die wollen alle nicht mit mir reden. Wollte nicht mal eine Freundin sein. Ah, da haben wir noch das iPad. Das können wir gleich zurückbringen. Polizeiautos. Das können wir nicht runterschießen. Warte mal. Geil, Machtrang. Das ist, wo Jimmy mir das Nogi Wuntan gab. Ich mag nicht even Donuts. Das ist die schade Wahrheit. Wie kann man keine Donuts mögen? Können wir das? Kamera ausgeschaltet. Vielleicht finden wir ja den Schlüssel. Oh. Ja, ja, ich weiß. Was passiert, wenn wir jetzt diesen Knopf da drücken? Wie wir anscheinend nicht drücken können. Doch, konnten wir. Aha. Schon wieder Schamhaare. Der Mann, der ihm nur mit seiner linken Hand, glaube ich, getötet hat. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Upsala. Locker Room. Da kommen wir so nicht rein, aber... Aha. So, vielleicht. Da waren... Das ist zweier Sticker. Schlüssel der Gefängniszelle. Oh, damit können wir ihn retten. Aber zunächst... Ich steig. Schön. Ja, mehr Kohle brauche ich nicht. Nee. Bandit. Ja, klar. Als ob ich mir jetzt so eine Frisur wie ein Stirnband da... Nee. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, da war was. Ja. Dann retten wir mal. Hä? Jawoll. Richtig. Aber gut, dass wir ihm nicht bei der Flucht helfen müssen. Ah, da sind Elfen. Ah, auf sie! Dich verbrenne ich. Ist mir egal, ob das Schwach ist oder nicht. Und dir gebe ich jetzt richtiger Hammer. Wieso ist der jetzt angepisst? Doch, Mann. Oh, Mann. Viel Level gibt es hier eigentlich? Blocker. Ja, der. Erstes Achievement-Rade erst mal. Huh. Oh, der passt. Oh, was sad times these are, when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there is only one thing you must do. Find Jesus. Find him. And when you do, return to me. Finde Jesus. Give it back, give it back. Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did Baby lose her toy? Who is this? Kommt doch her. Feed a kid, if you know, it's good for you. Oh, sie wollen. Verbrennen wir sie erst mal. Mom, das Mädchen, brenne! Verbrennen. Patters. Dreh dich. Dreh dich. Och, man. Hattest du mir jetzt gerade in die Eier getreten? Dreh uns in die Eier. Hattest du mir jetzt gerade in die Eier getreten? Oh, das ist doch kein Problem. Oh, das ist doch kein Problem. Hattest du mir jetzt gerade in die Eier getreten? Oh, das ist doch kein Problem. Oh, das ist doch kein Problem. Oh, das ist doch kein Problem. Klang als würde sie angeboten werden. Kannst du dir sagen, ich bin beschäftigt? Ja, finde Jesus. Hattest du mir gleich ab? Hattest du mir immer mehr Sachen? Dabei ist das gerade der Anfang. Das gefällt mir schon richtig gut. Poco Chinpoco. Alles klar. Gutes Achievement. Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. Tolly. Ein bisschen käfen? Nein, Tolly, nein. Ein bisschen. Nein. So. Hey, Kind. Vielleicht kannst du uns mit etwas helfen. Womit denn? All diese homeless Menschen in South Park machen uns wie eine kaltes und heartless Stadt. Wenn du die Scheiße aus all die Bums und Vagranten verlierst, werden sie die Stadt verlassen. Und es wird die South Park Reputation als eine kompassionale Gemeinschaft. Du musst alle von diesen Bums bekommen. Okay? Schöp, schöp. Was? Ich soll jetzt Obdachlose verprügeln? Ich bin doch nur ein kleines Kind. Verprügel Obdachlose. Alle sogar. Who the cool have you see with Mexican? See fliegen. Middle, 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 middle. Selber Freund. Ah. Nur meine Freundin. Aha. Komm runter da. Hör doch nur mal. Feiert sich. Schlüsseltel, ne? Hier wird jemand eingerufen. Ähm. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Hier w Pamela. Ich hab nichts gesagt. Es geht einfach. Elter Sieg. Ich hab nichts gesagt.